High Intensity Intervall Training der Nummer eins Fitness Trend für das Jahr 2018 hat die Wearable Technologie aus dem Vorjahr abgelöst. In meinem Vortrag wird sich alles um diese hochinteressante Trainingsform drehen, die ihre Wurzeln im Ausdauertraining hat. Es wird Thema sein, wie eine Belastungsgestaltung im High Intensity Intervall Training denn überhaupt aussieht, wie man das umsetzen kann. Wir werden uns über die Wirkungsmechanismen dieser Trainingsform unterhalten. Ich werde Ihnen auch einen Auszug aus der aktuellen Studienlage zu den gesundheitsfördernden Effekten, zu den leistungssteigernden Effekten des High Intensity Intervall Trainings vorstellen. Wir werden uns aber auch darüber unterhalten, wie praktikabel diese Trainingsform für die Umsetzung im Fitnessstudio ist, mit der dortigen Klientel an Kunden. Wir werden uns darüber unterhalten, für wen ist es überhaupt geeignet, wer kommt in Frage für so eine Trainingsform. Ich freue mich auf Sie im Forum Training zum Vortrag High Intensity Intervall Training bis im Oktober in Mannheim. Ich freue mich auf Sie im Aufschlösung. Ich freue mich auf Sie im Aufschlösung. Wir können Sie die